Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben mal wieder eine Lenkung gebaut. Viel Spaß beim Anschauen. Die Lenkung ist eine Return-to-Center-Lenkung. Das bedeutet, dass sie wieder nach dem Einschlagen in ihre Grundform zurückgeht. Deswegen haben wir keinen üblichen Servomotor verbaut, sondern einen normalen M-Motor. Nun zeigen wir euch, wie die Lenkung funktioniert. In dem nächsten Video zeigen wir euch, wie die Lenkung gebaut wird. Danke fürs Anschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020